Yo Leute, was geht ab? Antti, diese derbe Bauchtasche ist der Hammer. Kann man einfach so Sachen reintun, wie zum Beispiel so ein Mic hier. Yo, es geht 1, 2, 1, 2, Mikrofon check. Wo hast du gesteckt? Viel zu lange weg. Hab ich nie gerappt mit Dennis und mit Matt. Aber jetzt bin ich back und dein Beat ist perfekt. Fresher than ever, endlich wieder meinen Job machen. Nach der Rockplatte, auf die keiner Bock hatte.